Wir sind nicht auf einer Kunstauktion wie bei Christie's. Dies ist eine sogenannte Fischversteigerung, möglich dank eines innovativen Systems, das dem Hafen von Almeria eine führende Position in der Umsetzung von neuen Technologien einbringt. Die Hauptakteure, Fischer und Käufer, sprechen über die Vorteile dieser neuen Art von auktion. Angezeigt werden alle Informationen, vom Boot des Fischers bis zum Gewicht und der Größe des Fangs. Eine der Neuerungen des Systems bringt die Teilnahme von Händlern bis Privatpersonen bei rechtmäßiger Erfüllung aller Teilnahmebedingungen mit sich. Ein Weg, die Vorgänge auf dem Fischmarkt zu vereinfachen und dank dem bisher allein in den ersten fünf Monaten des Jahres 1,6 Millionen Kilogramm Fisch verkauft wurden.